hallo und willkommen zur vierten folge von der way out es ist ein sturm es ist mitten in der nacht und wir haben gerade fünf sekunden verpasst aber wir sind einfach nur hier gerade wieder hochgeklettert an genau die stelle wo wir auch beim hochklettern ist ein bisschen was verrutscht wo wir schon in der letzten folge waren, falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es nochmal auschecken ja und dann haben wir festgestellt, dass wir keinen Schraubendreher haben ja aber jetzt haben wir den Schraubendreher, den haben wir auch noch geholt in der letzten folge und jetzt können wir den hier benutzen, weil wir wollen diese folge ausbrechen aus dem gefängnis und ihr, du musst schonmal, ne? ich bin hier dran ja wie ist denn umgekehrt gerade? was? nein, ich bin das achso, mach, ne mach achso, ich dachte schon, ich kann nichts machen du musst das alles machen, ja los und schneller ich gebe ihn dir doch gerade ja danke guck, wie wir so sitzen, einfach so zusammen so, ja guck, geht das mal so nope, 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 nope ja, auf, komm so, und X und HALTER! weiter! okay ja, super das war echt eine super strange Szene gerade okay, wir sind auf jeden Fall anscheinend relativ nah am Ausgang schau mit okay, hier geht's nicht weiter, müssen hier um die Ecke und was haben wir da? okay, ich kann irgendwo hinschieben aber ich weiß nicht wo vielleicht brauchen wir das, um irgendwo drauf zu klettern? ja, stimmt, guck mal nach oben, lauf mal vor, guck mal nach oben, ob wir irgendwo sind, gute Idee sehr gute Idee, Kathi ja, hier vielleicht Dankeschön guck mal hier ja da sind so Decken ja, aber ja wohl viel zu hoch hier macht jetzt auch nicht so viel Sinn hier was wo? hier ach so, ja das stimmt, stimmt ach du hast mich gerade angefahren ja, tschuldigung oh Gott ja, kannst du auch rauf glittern? nein, du kannst auch nur schieben doch 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 hier jetzt hier hoch und zack jawoll boom ich wieder hier ja, was ist eine gute Idee, muss man hier schon lassen, das hat er sehr gut gemacht so und habs oh, ein bisschen dunkel hier aber haben wir noch die Taschenlampe? bestimmt nicht, ne? ne, wahrscheinlich nicht ich hoffe, wir brauchen die jetzt nicht weil wir müssen diese Nacht raus, diese Nacht, ihr hört es ist der Sturm und das ist unser Vorteil auf jeden Fall oh, da sind irgendwelche Wachen oh oh, ich sehe die Wachen, die sind direkt bei uns okay ähm ich weiß ja nicht ähm ich weiß nicht, ob die gleich weg gehen vielleicht direkt hier unten verstecken wup hier versteck dich, jawoll hier versteck dich, jawoll mhm hier ganz außen rum ja schön versteckt halten oh Gott ah ah vorsicht die chillen da okay, wir gehen außen rum uff oh fuck oh ah ich bin durch mhm bist du sicher, das ist richtig? ja, ja ja die reden die ganze Zeit nur über Betty komm 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 man sieht dich noch da, ne? hier durch das hören die doch zure jetzt werden die hell oh куда, na in der ist man hier richtig gut getimt so ich mach was reden oh da oben sind die, siehste da oben sind die pa Ja, ich hab... Nein! Jetzt! Ja! Komm, 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 komm! Und? Und? Komm schon! Jetzt! Oh! Jo, wir sind draußen! Also noch nicht aus dem Gefängnis draußen, aber irgendwo draußen, auf dem Dach! Er hat immerhin, hat er irgendeinen Plan anscheinend! Oh, shit! Oh, shit! Überall, ja, überall, überall! Oh, shit! Ausschalten, okay, wir müssen den ausschalten! Okay, wie schalten wir den aus? Komm, er guckt ja nicht hierher! Du, bleib nur da und guck, guck, ob jemand kommt von oben, okay? Da oben läuft der eine, siehst du denn? Wo ist der? Der ist ja grad längs gelaufen! Oh! Okay, hab ich! Okay! Okay, ist ausgeschaltet! Ich hoffe, nur ausgenockt! Ich wollte die jetzt, die arme, die arme Wache! Wobei, die sind immer fies zu uns! Wir haben es verdient! Hier kommt schnell! Wo ist das Wardens Office? Wahrscheinlich hier, geradeaus, verstanden! Oh, wir sind wieder auf dem Dach! Ja, ja, genau! Aber hierdurch müssen wir nicht! Wieder hier hoch, ja! Komm, hier! Ah, ja, ja, ja! Wir sind nicht blöd, ne! Wir erinnern uns auch daran, wie das hier war! Ja, hat damals ja auch... Aber wie kann ich jetzt hoch? Kannst du mich hochziehen hier, ne? Ey! Oh! Ey, was ist das denn, Alter? Was ist denn das für ein Dreck gewesen? Du läufst einfach weg! Danke, ne? Tschüss! Meine Fresse, Alter! Einfach weglaufen! Ja, ich weiß! Pfff! Klasse, Kati! Klasse Aktion! Wirklich! Wie deine Frau! Alle verlassen sich! So ist das! Okay, weiter geht's! Ah! Oh! Okay! Hier! Oh! Ich glaube, wir sollen da rein, ne? Mhm! Ja, alles klar! I hope nobody heard that! Oh, Alter! Der nettes Office aber hier, ne? Mit Kamin am Start! Alter Schwede! Was ist das? Das ist ein Globus! Ja, mal gucken, wo wir hingehen! Oder jetzt in Urlaub fährst, ne? Oder jetzt... Ja! Ja, vielleicht! Ja! Guck mal, wird immer schneller! Hey! Ach, wann jetzt? Kannst du denn fertig? Ja, warte, warte! Auf drei, wo wir hinfliehen, okay? Eins, zwei, drei! Genau! Pazifik! Das ist doch schön! Da kommen wir zusammen, händen wir beide! Ja! Genau! Komm, wir kuscheln auch schon gerade so! Eins, zwei, und los! Atlantik! Atlantik! What a great way to retire! Oder... Alle guten Dinge sind drei, eins, zwei, drei! Afrika! Afrika! Oh ja, ich finde auch genau das an sein, ja! Ich finde alles super! Und wir müssen uns aber konzentrieren! Auf jeden Fall arbeitet nachts hier niemand! Gut, dass ich immerhin Licht anlassen, aber... Bist du sicher, dass hier niemand ist? Ja, es sind Beamte, die machen Schluss! Wollen wir nicht jemanden anrufen? Ich will anscheinend jemanden anrufen! Mhm! Oh! Was? Ich hab's mal rausgenommen, falls jemand kommt, kann er nicht Alarm rufen! Ah! Aber... Da liegen noch mehr Telefone und dann mache ich das jetzt irgendwie nicht! Also... Ich glaube, es war einfach nur random! Einfach nur mal probieren, weißt du? Guck mal, ich nehme mir noch mal ein Wasser an! Schade! Hier vorne! Shit! Da sind... Oh! Oh! Das war knapp! Oh Gott! Bist du am Start? Ja, ich komme! Nein, nein! Hoch oder runter? Ähm... Im... Ja, unten müssen wir irgendwie auf den Boden eigentlich längs, oder? Ich weiß das nicht! Weil wir müssen jetzt zu diesem Tower hin! Deswegen hätte ich jetzt gedacht, wir müssen auf jeden Fall auf den Boden längs! Wo sind die denn? Ich weiß das nicht! Oh! Wer sind die Guests? Unter uns, direkt? Oh! Okay! Weiter, weiter, weiter! Wir sind weg! Oder? Ich weiß das nicht! Ja, ich glaube sie sind weg! Okay! Und weiter? Hier rein oder sollen wir weiter runter gehen? Weiter runter! Okay! Ganz runter, würde ich sagen! Okay! Okay! Hier kommen wir aber nicht raus! Nee! Na dann nicht! Gehst du die Tür auf? Nee! Dann müssen wir hier lang! Die spezielle! Warte, was war hier? Irgendwann, was war hier doch! Ja! Nur verstecken, nur verstecken! Okay! Vorsicht, weil hier sind die, glaube ich, links gegangen, oder? Ja, die müssen hier lang! Oh, die sind unten! Na, da vorne stehen sie! Da vorne stehen die! Da waren wir doch schon mal, oder? Ja! Versteck dich! Versteck dich! Versteck dich! Aber was wollen wir denn? Gleichzeitig überwältigen! Komm zu mir! Versteck dich hier! Okay! Versteck dich! Ja! Okay, also! Ich nehme den rechten und du den linken, ja? Bereit? Ich nehme den linken, okay! Du weißt, was links ist, ja? Ja! Ich habe kurz drüber nachgelassen, aber jetzt weiß ich! Alles klar! 3, 2, 1! Stopp! Ja! Noch nicht mal, noch nicht mal, noch nicht mal! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Get off him! Autsch! Oh fuck! Autsch! Nein! Junge, was ist das machen die denn? Hast du das gesehen? Die Pfeifen, warum? Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Du warst zu langsam! Ich bin los! Ja, aber ich habe ihr Stopp gesagt! Ja, aber da war es doch zu spät! Da war ich doch schon! Da war es zu spät! Ich habe sofort Stopp gesagt! Da war ich schon unterwegs! Komm her! Okay, jetzt los! 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 Nicht zu schnell! Und los! Tipp! Du musst tippen! Ich tippe doch! Weil du nicht getippt hast! Deswegen haben wir verloren nur! Du hast nicht getippt! Ich habe zu spät getippt! Du hast den nicht ordentlich geschlagen! Meine Güte! Luch, das ist nicht Fallout! Okay, gut! Ja, das wäre clever! Das stimmt! Ja, das ist erstmal irgendwie rüber! Und Vorsicht, wenn das Licht kommt! Licht, 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 Licht! Verstück dich! Du darfst nicht ins Licht kommen! Weil das Licht kommt, was schön verstecken! Oh nein! Warum?! Warum?! Boah! Ich wollte gerade x drücken! Ja, du wolltest gerade! Meine Güte! Entschuldigung! Das war wirklich unnötig! Vorsicht! Ich muss runter! Ich muss runter! Ich kann mich oben nicht verstecken! Ich muss runter! Ich muss runter! Ich kann mich oben nicht verstecken! So, und du weißt jetzt! Du kannst von da vorne und von der Seite hier drehen! Ja! Da kann auch was kommen! Das heißt, du musst immer im Kopf haben! Zwei Deckungen! Ich habe nie aus dem Gefängnis ausgebrochen! Nein! Ich habe es ja in meinem Leben noch nicht nötig! Ich habe Vorsicht! Wenn er kurz wegguckt, dann gehen wir ja! In welche Richtung gehen wir denn? Ja! Weiter aus! Wir müssen ja zu dem Licht hin! Also wir müssen ja zu dem hin! Hier! Du läufst da! Weiter! Alles klar! Ja! Wir müssen ja vorankommen, oder? Ja! Ich dachte auf alle gleichzeitig! Du bist so langsam! Ich bin nicht langsam! Bei mir ist alles super! Ich bin schon wieder vor dir! Wo bist du denn? Und hier? Ja, weiter! Okay! Okay! Ich gehe hoch! Ich bin schon richtig nah dran! Das Licht! Das Licht! Das Licht! Bei mir ist kein Problem! Wo bist du? Ich schimpf! Ja! Hier war er um die Ecke schon oben! Ah! Hier oben! Die Reppe hoch! Ich bin schon hier dran! Komm! Lauf! 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 Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich kann dir leider nicht helfen! So! Sehr gut! Okay! Okay, warum müssen wir zum Licht? Du hast gesagt, wir müssen zum Licht! Ach so, hier! Erstmal ausmachen! Einfach aus? Was bringt das? Statt in irgendeine Richtung zu leuchten, wäre das sinnvoller! Oh! Oh! Ist das nicht ein Stromkabel? Das sieht sehr nach einem Stromkabel aus! Das ist ein bisschen Risky vielleicht! Aber okay! Ich suche! Eine Gitarre! Das wird helfen! Ein Kleiderhack! Ein Kleiderhack! Ein Kleiderhack! Ein Kleiderhack! Oh Gott! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh Gott! Alarm! Scheiße und jetzt? Ich kann nichts tun! Ich tippe! Ich tippe! Ich tippe! Ich tippe! Ich tippe! Ich tippe immer noch! Noch weiter tippen! Kletter mal schneller! Der Alarm ist losgegangen! Der Alarm ist losgegangen! Schnell, schnell, schnell! Lauf, 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 lauf! Nicht hinlegen! Weiter, weiter! Lauf, lauf, lauf! Wow shit! Was? Wie schnell schießen die nach uns? Meine Fresse! Hier, hier! Raus, raus, raus! Lass hoch! Tipp, 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 tipp! Raus, raus, raus! Raus! Wir sind da draußen! Wir schießen alle! Wir müssen nur laufen! Oh Gott! Oh Gott! Ich lauf hier schon! Oh Gott! Wow, jetzt schießen wir den Türm ab uns! Lauf hier runter! Ey, wir sind draußen! Wir sind draußen! Ich weiß, aber wie? Nein! Oh Gott, du bist gefallen! Oh Gott! Warum retten wir denn hinterher? Ja, aber... Holy! Wir haben es geschafft! Oh yes! Also ich meine, die schießen auf uns, die wissen, dass wir weg sind. Die werden uns jetzt wahrscheinlich verfolgen. Mit Hunden vielleicht auch, ich hab keine Ahnung, aber... Wir sind auf jeden Fall unterwegs! Wir sind draußen! Wir sind draußen! Ne, das ist wie das in Zukunft jetzt, glaube ich. Was ist das? Back in the prison? When we climbed that shaft? You know, the back-to-back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? Nope. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking! No? I'm just glad it worked! Oh my God! I can't fucking believe you talked me into it! Hey, sonst wären wir jetzt nicht draußen, Alter! War auch nicht das Gefährlichste von all den verrückten Sachen, die wir da gerade gemacht haben. Ja. Ich hab noch gesagt, wir sollten das nicht machen! Und du hast ja gesagt, doch, los geht! Ja. Komm, da! Alright. Shit! Ein Chopper? Ja. Das ist gut, wir gehen auf und zieh das auch. Okay. Dann mach du mal. Wir müssen uns vorsichtig sein. Vincent! Du bist doch da! Ja, ich weiß auch nicht. Walk, hop, hop, hop! Ja, jetzt! Ah. Komm mit der Herr, kommen mit der Herr. Lauf, 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 lauf! Soll uns vielleicht trennen. Ich teadem mich nicht von dir. Wir haben ja. Wir haben ja... Ein überlebten besser. Ja,www, was ist das? Jetzt? Oh. Ist auch ein bisschen lang, ja. Komm, komm. Jetzt nicht weglaufen, okay. Okay. der wirklich scheiß situation um ohne mich weiter zu laufen weiter dankeschön okay das mal da vorne runter oder hier runter und das sind ja die wollen okay wir dann vorsichtig runter müssen die nach und nach aus und sollten vorsichtig nicht ins scheinwerferlicht der taschenlampenlicht oh nein okay warte bleibst du jetzt nein okay bleib da ich hole mir den alleine da sind zwei bleib hier hinter dem stück ich bin nicht da durchgelaufen das licht war noch nicht hier alles gut ich hoffe in dem mittler bleib du hier ich versuche den zu holen welchen? den hier aber warum holst du den jetzt nicht alleine? bleib einfach da bleib da oh nein oh gott ich werde gleich ich habe einen hier habe ich lauf zurück geh den Busch 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 was hast du denn da unten holen? ja begib dich nicht unnötig in Gefahr du gewinkt du ja aber du ich habe ja einen runter ich habe ja einen genockt aber du hast ja gar nichts gemacht du standst einfach runter in der Gefahr rum dann kannst du auch im Busch stehen ja ich habe zu lassen die der Möchtest du den ersten machen? Ja, den holst du wieder. Ich folg dir bis zu dem Hintergrund. Na, der kommt her. Bist du bei mir im Busch? Ja. Ich bin bei dir im Busch, ja. Wir stecken hier in einem Busch. Bin direkt vor dir. Okay, er kommt jetzt her. Nicht bewegen. Nein, nein. Na los. Was leuchtest du auf dem Boden? Okay, hab ich. Du schnappst ihn mit RT und danach musst du dann direkt mit X Ausnahmen. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm, ich laufen Busch. Okay. Soll ich holen? Nee, nee. Also außer du hast einen super... Ja, dann holen. Oh nein, der will sich direkt umdrehen. Oh, okay, ich hab's. Schnell den Busch zurück. Oh. Okay. Wie viele sind da jetzt noch? Dann ist der nächste... Boah, der eine hat uns fast. Wo bist du? Hier unten, siehst du mich? Ich laufe gerade den nächsten Busch. Okay. Okay. Das bei mir, ne? Oh, was machst du? Oh. Wenn wir jetzt auf links hier drückst, dann siehst du mich. Also wenn wir... Deswegen war... War die Info eben da. Hä? Damit wir uns finden. Ähm... Okay, Vorsicht. Der leuchtet gerade... Ja, wir sind da beim Busch. Hier hin? Und den holen wir jetzt, oder? Ja. Oh, oh. Der leuchtet direkt auf uns. Okay, wenn... Es sollte uns ja eigentlich nichts passieren im Busch. Okay. Habe ihn. Opa. Perfekt. Okay, jetzt hier in den Busch vor. Oh nein, bleib, 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 bleib. Nein, 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 nein. Oh, dann kommst du da rein. Ich versuche ihn zu holen. Ah! Okay, habe ihn. Wenn du einen holst, direkt nach dem Busch geh, ne? Du kannst auch welche holen. Ich bin nur zu schnell, habe das Gefühl. Oh. Ich holste erst schnell zwei, die müssen wir zusammen holen. Okay. Bist du schon bereit? Ja, und los. Ich nehme links. Was? Schnell, tipp, 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 tipp! Ich hab getippt! Da war doch Tippen! Ich hab getippt! Goddammit! Ich hab getippt! Du warst nicht da! Ich hab getippt! Ich hab getippt! Nochmal! Okay, auf drei, ja? Stopp, stopp! Komm auf meine Höhe! Und rauf, rauf, rauf! Tipp, 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 tipp! Ich tippe! Sehr gut! Du musst schon dieselbe Entfernung zu mir haben, wenn ich direkt ranstehe und du hinten kannst du nicht sagen, jetzt! Boah! Immer schön selber, ja? Ja? Machst du schon gut? Ja! Oh nein, es kommen immer mehr, haben die gesagt. Kannst du ihn holen? Mhm! Dann, Huli! Komm, komm, spring hoch! Komm, komm, spring hoch! Komm, komm, spring hoch! Sehr gut! Aber, wie kann ich zu dir gucken? Ich weiß nicht, wie ich zu dir gucke! Ja! Du? Aber wenn ich das mache, dann guck dir nur nah ran! Ja, dann siehst du das Grüne! Mach nochmal! Ah! Und der Grüne bin immer ich! Okay! Soll ich zu dir? Ah! Ich glaube, ich muss eher wieder zurück zu dir! Okay! Komm mal! Ich weiß nicht, wie wir da durchkommen und die ganze Zeit in die Richtung gucken! Wir müssen da, wo du warst, glaube ich! Vielleicht können wir die auch einfach da lassen, wo du sind! Hier hoch! Oder noch runter! Ja, ja, okay! Ich würde vielleicht eher gucken, ob wir da einfach wegkommen! Ja, wir sollten auf jeden Fall schnell weg, weil die... Ja! Hier, hier, hier! Hier, hier! Und hopp! Runter! Ja, Mai auch! Und hopp runter! Hier hoch! Ja! Hör mal! Oh! Ah! 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 Wow! Okay! Okay! Also, wir haben auf jeden Fall unseren Ausbruch, sag ich mal so halbwegs geschafft! Es lief nicht ganz problemlos! Aber wir sind auf jeden Fall draußen! Du bist abgestürzt. Ich bin abgestürzt, aber ich habe auch gesagt dass es keine gute Idee mit Kleiderhaken! Für mich alleine hätte es geklappt. Ja, das stimmt. Aber du wärst danach nicht weitergekommen. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall an einer schwierigen Stelle, wo es jetzt gleich weitergeht, damit wir irgendwie die Polizei erstmal loswerden. Aber wir sind draußen. Wir sind in Freiheit so halbwegs. Deswegen würde ich sagen, Mission erfolgreich hier. Für die heutige Folge. Reicht dann auch. Ja, nee, nee. Ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. Aber wir sind zumindest aus dem Gefängnis raus. Hier bei A Way Out, Leute. Das ist unser erstes gemeinsames Let's Play. Ich hoffe, euch gefällt es. Falls ihr ja drückt, dann noch oben. Und wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder zur nächsten Folge von A Way Out. mit Kathi zusammen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.